So, wir wollen uns hier noch einmal mit dem Begriff der Relation beschäftigen. Und zwar gucken wir uns das folgende Beispiel an. Die folgende Relation, R1, das ist die Menge aller Paare x, y aus n kreuz n mit der Eigenschaft, dass x kleiner ist als y. R1 ist eine Relation und es hat gewisse Eigenschaften. Und zwar werden wir nachweisen, dass R1 eine lineare Ordnung ist. Was ist dafür zu zeigen? Zu zeigen ist dafür das folgende, zunächst mal, dass R1 eine Ordnung ist. Das bedeutet, dass wir drei Eigenschaften nachweisen müssen für R1. Nämlich einmal die Eigenschaft, dass R1 reflexiv ist, dass R1 antisymmetrisch ist und dass R1 transitiv ist. Und das Zweite, dass R1 nicht nur eine Ordnung ist, sondern dass es sogar eine lineare Ordnung ist. Und dafür müssen wir zusätzlich noch zeigen, dass R1 alternativ ist. So, das rechnen wir jetzt einfach nach. Und zwar gucken wir uns zunächst an, dass R1 reflexiv ist. Zu diesem Zweck sei x ein beliebiges Element aus n. So, und für jede natürliche Zahl gilt natürlich, dass diese Zahl kleiner gleich sie selbst ist. Das heißt, es gilt immer x kleiner gleich x. Ist also x, x, also das Tupel x, bestehend aus x und x, ein Element aus R1. Ja, und damit ist auch schon gezeigt, dass R1 reflexiv ist. Ja, umgangssprachlich könnte man sagen, dass jedes Element bezüglich der Relation R1 zu sich selbst in Beziehung steht. Zweite Eigenschaft, die wir nachweisen müssen, ist die Antisymmetrie. So, zu diesem Zweck nehmen wir uns ein Paar her. Es sei also x, y natürliche Zahlen mit der Eigenschaft, dass x, y Element der Relation ist. Und zusätzlich, dass auch y, x in R1 liegt. Was bedeutet das? Dann gilt, dass x kleiner y und das gleichzeitig gilt wegen der Tatsache, dass y, x auch in R1 liegt, gilt also auch y kleiner als x. Ja, und auf den natürlichen Zahlen kann das nun der Fall sein, wenn die beiden Elemente gleich sind. Und das ist genau die Eigenschaft der Antisymmetrie. Dritte Eigenschaft, die wir nachrechnen müssen, ist die Eigenschaft, dass R1 transitiv ist. Dafür brauchen wir jetzt drei Zahlen. Es seien also x, y, z aus der Menge der natürlichen Zahlen mit x, y aus R1 Das heißt, aufgrund der Definition der Relation R1, dass x kleiner als y auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gilt, y ist kleiner als z, ja, aufgrund der Tatsache, dass y z aus R1 ist. Und insgesamt somit auch x kleiner als z, das heißt, dass x, z ebenfalls in R1 liegt. Und damit ist R1 transitiv. Es verbleibt nur noch zu zeigen, dass R1 alternativ ist. Was ist dafür zu zeigen? Nun, für alle Elemente x, y aus n müssen wir zeigen, dass entweder x, y in R1 liegt oder y, x in R1 liegt. Das heißt, wir nehmen uns zwei beliebige Elemente her. Es seien x, y aus n. So, jetzt gucken wir uns verschiedene Fälle an. Und dann gilt x kleiner als y. So, jetzt gilt x kleiner als y. So ist x, y Element aus R1. Und die dritte Möglichkeit ist, dass x gleich y. so ist x, y und Element aus R1 und y, x Element aus R1. Auch damit ist die Eigenschaft des Alternativ, der alternativen Relation erfüllt. Ja, und damit haben wir alle Dinge nachgewiesen, die für eine lineare Ordnung zu zeigen sind. Wir haben gezeigt, dass R1 eine Ordnung ist, die reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist. Und wir haben zusätzlich gezeigt, dass R1 alternativ ist. Und damit ist R1 eine alternative Ordnung. R1 alternativ ist R1 alternativ ist, wenn alle COs thôi. R1 alternativ ist. Nват sei diese Form als ein … E Forces in R1 alternativ ist zwar, nicht wrapped, wie einfach ein weiteres RegistLE abstrick welisertet ist. Wir wollenate Cheneinander schmelz wp sinnen.